Ich bin sehr froh, dass ich endlich in Deutschland gekommen bin, um ein Kontrakt mit SV Darmstadt zu signieren. Es war, als ich jung war, immer mein Wille zu spielen, in der German Bundesliga. Und jetzt ist mein Traum. Ja, der Grasse ist sehr gut, also die Kondition zu spielen ist perfekt. Ich weiß, dass die Fans immer wieder zu diesem Stadion kommen und diese Spiel. Ich weiß, dass es hier eine gute Atmosphäre ist. Es war meine erste Nummer, als ich ein Professionalskontrakt verabschiedet habe. Aber die Nummer nicht spielen, sondern spielen die Spieler. Ich möchte einfach alle zusammen machen einen guten Ergebnis. Und in der ersten Punkt, ich denke, das ist, dass es in der Bundesliga bleiben. Und ich möchte einfach alles mein Bestes in jedem Training und jedem Spiel machen. Ich möchte auch mal ein paar Tage im Hintergrund. Okay, danke. So, jetzt eine Tick-Tick-Tick. Okay. 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 Okay.